Liebe Schwestern, liebe Brüder durch Christus, den Herrn, was halten Sie von Sprichwörtern, wie zum Beispiel, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der dritte. Es kommt wohl häufiger vor, als uns lieb sein kann, dass wir uns aus niedrigeren Motiven die Schadenfreude nicht verkneifen können. Aber bei allem, was solche Gefühle in uns weckt, lehrt uns die Lebenserfahrung auch, dass uns oft das Lachen im Halse stecken bleibt. Oft, auch das kennen wir, möchten wir helfen, wenn zwei Menschen sich streiten, erfahren aber manches Mal unsere Hilflosigkeit, fühlen uns schuldig und sind mit unserem Latein am Ende. Was soll man gar denken, wenn zwei Eheleute, die ineinander wirklich verliebt waren, nun nur noch miteinander streiten, nur noch auf Kriegsfuß stehen, wie schnell wird dann aus einer wirklich großen Sehnsucht und Liebe blanker Hass. Liebe Schwestern und Brüder, Gott weiß es und wir alle wissen es auch. Wenn so etwas geschieht, dann gilt es für uns als Priester, ja für die Kirche insgesamt, vorsichtig zu sein. Manchem fällt dabei ein anderes Sprichwort ein, Schuster, bleib bei deinem Leisten. In unserem Fall könnte man dann sagen, Kirche, bleib beim Wort Gottes, bleib bei dem, was Gott geoffenbart hat. Also deutlicher gesagt, rede uns nicht einfach gefühlsmäßig in die Ehe hinein. Wenn wir an die zweite Lesung des heutigen Tages denken, dann müssen wir zugeben, dass der heilige Paulus sich an diesen Ratschlag nicht gehalten hat und nachweislich Jesus auch nicht. Wie wir im Epheserbrief hörten, sah sich Paulus genötigt, sich mit der Frage nach der rechten christlichen Ehe auseinanderzusetzen. Das hat er auch mutig versucht. Aber unsere Frage heute ist ja, ob wir mit seiner Antwort, mit dem, was er dargelegt hat, noch etwas anfangen können oder ob wir innerlich dicht machen. In der Tat, es riecht ein wenig nach Sakristei und nach Weihrauch. Für viele sind die Worte aus der heutigen zweiten Lesung, die ja nur einen einzigen Halbsatz in der Mitte haben, Anlass innerlich abzuschalten und nicht mehr richtig zuzuhören. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Bei Paulus heißt es aber wörtlich, wie die Kirche sich Christus unter geordnet hat, so sollen sich die Frauen den Männern unterordnen. und direkt schließt Paulus an, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Und Paulus geht noch weiter, wenn er schreibt, darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Der Apostel geht davon aus, dass natürlicherweise niemand seinen eigenen Leib hassen soll, sondern er soll ihn nähren, er soll ihn pflegen, wie auch Christus die Kirche nährt und pflegt und bei der Kirche bleibt, durch dick und dünn. Alles hängt also davon ab, ob wir wirklich aufmerksam hinhören. Eheleute sollen sowohl aufeinander als auch auf Christus ausgerichtet leben. Einer soll für den anderen eintreten, ohne Herrschaft über den anderen zu beanspruchen. Darum schreibt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Und er fügt hinzu, er meine dies wegen der Beziehung zu Christus und seiner Kirche. Das Wort Ich habe dich geheiratet und nun gehörst du mir, ist ein zutiefst unchristliches Wort. Man kann keinen anderen Menschen besitzen. Weder Vater noch Mutter, ihre Kinder noch die Eheleute einander. Das Einzige, was wir können, ist, einem anderen etwas von uns selbst sagen. Ich gehöre dir und ich sage es dir in der Freiheit, die ich von Gott bekommen habe und die ich leben möchte, von dem, der mir das Leben gegeben hat. Ich schenke mich dir. Nicht haben, sondern geben. Für einen anderen Eintreten, wie Mann und Frau in der Ehe es tun sollen, ohne Herrschaft über den anderen zu beanspruchen, kommt ja vielen Menschen angesichts der gelebten Wirklichkeit wie eine große Utopie vor. Auch hier gilt Ja und Nein. Ja, weil es schwer zu sein scheint, miteinander zu leben, ohne dass der eine den anderen unterdrückt. Aber es gilt auch das Nein. Und dieses Nein gilt nicht nur, weil so viele Menschen aus guten Gründen heutzutage nach Emanzipation, nach Befreiung rufen. Eine partnerschaftliche Beziehung in der Ehe, in der keiner den anderen sich unterjocht, ist aber schon deshalb keine Utopie, weil es keinen einzigen Tag auf dieser Welt gibt, weder in der Zivilgesellschaft noch in der Kirche noch in unseren Familien, wo nicht ein Mann, eine Frau um die Ehe kämpft. Vor wenigen Wochen, am 5. August, hat Papst Franziskus bei seinen Generalaudienzen, die ja im August in Rom eigentlich sonst nicht sind, wegen der Hitze, er hat angefangen, auch mit Blick auf die kommende Synode über Ehe und Familie, etwas zu sagen, was uns vielleicht nachdenklich machen kann. Er sagte, wie können wir denen beistehen, die nach einem endgültigen Scheitern ihrer Ehe eine neue Verbindung eingegangen sind? Eine solche Situation widerspricht dem Sakrament der Ehe. Das ist wahr. Umso mehr begegnet die Kirche diesen Menschen mit einem mütterlichen Herzen und sucht angeregt vom Heiligen Geist das Wohl und das Heil der Personen. Möge es so sein, wird mancher hinzufügen. Um der Liebe willen und zur Wahrheit verpflichtet, hat die Kirche darauf zu achten, die verschiedenen Situationen genau zu unterscheiden. Und da beruft sich Franziskus auf Johannes Paul II. in seinem Schreiben Familiaris Consortio und die Person, die die Trennung hinnehmen musste, dass sie anders zu beurteilen sei, als die, welche die Trennung hervorgerufen hat. Schauen wir doch einmal mit den Augen der Kinder, so Papst Franziskus, auf die neuen Verbindungen. Wie können wir die Eltern aus dem Leben der Gemeinschaft der Kirche ausschließen, wenn ihre Kinder ihr Vorbild eines gelebten Glaubens annehmen sollen? Und dann fährt er fort. In unseren Tagen ist das Bewusstsein der Kirche noch tiefer gewachsen, dass eine aufmerksame und brüderliche Aufnahme dieser Getauften nötig ist. Sie sind nicht exkommuniziert, sie sind ein Teil der Kirche. Alle Christen sind eingeladen, den guten Hirten nachzuahmen und wie er den Verletzten nachzugehen. Wir sollen Geschiedene, die in einer neuen Verbindung leben, ermutigen, ihre Zugehörigkeit zu Christus und zur Kirche durch das Gebet, das Hören auf Gottes Wort, die Teilnahme an der Liturgie, die christliche Erziehung der Kinder, die Wohltätigkeit gegenüber den Bedürftigen und den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden zu unterstreichen. So nachdrücklich unser Heiliger Vater und wir, wir alle haben wohl Grund genug, uns ganz neu einzulassen auf das, was wir die Liebe Christi nennen dürfen. Seine Liebe zur Kirche, seine Liebe zu dir und zu mir und wie das ist mit dem Fleischwerden, dem Einfleischwerden, von dem Paulus auch gesprochen hat, wofür man Vater und Mutter verlässt, dass wir so wie Christus darüber denken, aus Liebe, die er zu uns hat. Gott möge uns helfen. Amen.